hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal dieses video siehst du wenn du meinen kanal noch nicht abonniert hast dann wird das automatisch eingeblendet und in diesem video möchte ich mich nur ganz kurz und meinen kanal vorstellen und dabei wünsche ich euch viel spaß in meinen youtube videos da koche ich ganz viel mit dem thermomix nicht nur mit dem thermomix auch mit produkten von the pamperchef wenn ihr das nicht kennt könnt ihr einfach mal auf meine internetseite gehen selfmademan84.de könnt ihr da mal reinschauen da ist das verlinkt oder ihr schaut unten in die infobox da gibt es auch einen link zu the pamperchef produkten und gekocht wird allerhand von vorspeisen nachspeisen hauptgerichten getränke alles mögliche was man sich so vorstellen kann ganz viele leckere sachen und eingeleitet werden meine videos meistens damit herzlich willkommen zu einem neuen video hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und wenn es dann geschmeckt hat dann kommt natürlich auch immer noch so was dazu sehr lecker und ihr habt wahrscheinlich gerade schon in diesen kleinen ausschnitten gesehen was mein kanal auszeichnet ist dieses hier wenn ich einmal schnipse dann blendet sich auf der rechten seite von euch eine mixtopf cam ein und zwar zeichnet immer das geschehen was da gerade im mixtopf vor sich geht das heißt ihr könnt immer genau beobachten wie sieht das da gerade aus und könnt das ganz genau verfolgen ich würde mich freuen wenn ihr meinen kanal abonnieren würde blende ich euch direkt auch mal ein einfach draufklicken und auf facebook könnt ihr mich natürlich auch besuchen seht ihr darunter eine kleine liste unter was für gruppen ihr mich bei facebook findet unter anderem natürlich auf meiner facebook seite selfmade man 84 einfach mal rein klicken gefällt mir drücken und würde mich natürlich sehr freuen wenn ihr auch meinen youtube kanal abonniert dann verpasst ihr auf gar keinen fall mehr ein video ja das war es auch schon ich freue mich auf euch wenn ihr dabei bleibt und wünsche euch ganz viel spaß mit den letzten videos die schon gedreht wurden und auch natürlich mit den zukünftigen videos und dann würde ich sagen bis demnächst und tschüss bis zum nächsten mal